Ich fahre gleich einen in die Karre. Ich habe einen Lupus. Pass auf! Autofahren ist ganz leicht. Als erstes gehst du ins Auto rein, drückst dann den Knopf und stellst dann den Gang auf D. Und dann kannst du losfahren. Da gibt es zwei Motore und damit kann man so schnell fahren wie ein reimer Auto. Wow! Lauter fahren wir mit der Batterie. Es ist voll leise. Es summt wohl ein bisschen. Leise! Leise wie im Hühnerstall. Wenn wir mit dem Elektrischen fahren, dann sparen wir für die Umwelt was, damit man die Welt nicht so verschmutzt. Da wird hinten keine Abgase rauskommen aus dem Hintergrund. Da sind so Pfeile und dann kann man sehen, womit der fährt zum Beispiel mit Benzin oder mit Batterie. Man muss nichts machen. Man muss einfach schnell auf das Gas drücken, auf die Bremse drücken. Das war es dann schon. Dann schalten sie sich dann so von selbst um. Dann sag ich Mama, dass ich ein Schulauto fahren kann. Findest du dich wie eine richtige Erwachsener? Nein, ich bin doch noch ein Kind. Nichts ist unmöglich. Toyota. Gerade noch die Kurve geschafft. Und das geht nicht. Ich bin doch in diesem Bereich. Und ich bin doch ein Gott. Du hast die Kurve zurückgelegt,